Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es um ein neues Spielzeug, das mit 10.1.5 eingefügt wurde und dieses bekommt ihr im alten Sholomons. Wie ihr Sholo freispielt und was ihr dafür braucht, habe ich euch ja schon in zwei anderen Videos meinem Kanal gezeigt. Wenn ich daran gedacht habe, habe ich die Links davon unten mit reingepackt. Und zwar, ihr betretet den Dungeon und müsst zum Vorfuhrraum. Das ist ziemlich weit hinten, ob ihr jetzt da einfach straight durchgeht oder ich meine den einen Boss müsst ihr machen, sonst kriegt ihr die Tür ja nicht auf. Auf jeden Fall steht in diesem Raum, rechts in der Ecke ist ja diese Erhöhung, wo die beiden Bosse draufstehen. Hinter dem linken Boss das zweite Regal von links, das zeige ich euch hier auch gerade mal, ziemlich weit in der Mitte. Ich kann da gar nicht straight drauf gucken. Da liegt das Buch. Ihr müsst es einfach nur looten und dann ist es euers. Wenn ihr jetzt benutzt, versucht ihr ein Ritual zu machen, das aber abbricht. Ich habe das hier mal gemacht und man sieht halt, wie man die ganzen Kerzen stellt und dann fertig. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich danke euch fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also bis dahin. Tschüss!